Hi, mein Dear, und herzlich willkommen heute erneut mit mir auf Reisend. Dieses Mal allerdings rückwärts im Zug nach Hamburg, der bereits eine Verspätung von einer Stunde hat und an Bord mindestens fünf Junggesellinnen Abschied feiert, die ordentlich für Unterhaltung gesorgt haben, was allerdings nicht jedem Gast so gut wie mir und meinen Freundinnen gefallen hat. Unser Hamburg Hauptbahnhof wurde einfach während der Fahrt gestrichen und deshalb fahren wir hier gerade in Hamburg-Harburg ein. Und dann, wenn ich die Fahrt gestrichen und die Fahrt gestrichen habe, Irgendwann sind wir dann aber auch endlich am Ziel angekommen und mussten dort direkt wieder weiterfahren nach Hamburg Hauptbahnhof und von dort aus mit der U-Bahn weiter zu unserem Hostel, wo im siebten Stockwerk diese Aussicht auf uns gewartet hat. Wir sind allerdings nicht lang geblieben, sondern haben uns direkt zu Fuß auf dem Weg gemacht, um uns nach der Langzugfahrt die Beine zu vertreten. Dabei haben wir uns einfach in Richtung Wasser orientiert und sind dementsprechend an der Außenhalster gelandet. Leider war das Wetter sehr windig und zwischendurch hat es immer mal wieder geregnet. Ich verstehe nicht, wie die Endness bei diesem Wetter aussehen können im Wasser. Auf dem weiteren Weg sind wir am Atlantik Hotel vorbeigekommen und konnten uns weiterhin an dieser schönen Aussicht erfreuen auf das Wasser, sowie an dieser lustigen Statue, die mich an die Scream-Maske erinnert. Was siehst du darin? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Von der Außenhalster ging es über die Lombardsbrücke zur Binnenhalster mit besserem Wetter und wie üblich einer Demonstration. Deshalb sind wir auf der anderen Seite gelaufen und kamen am Hotel vier Jahreszeiten vorbei. Nach dem langen Fußmarsch wurden wir langsam hungrig und wollten eigentlich im Alex am Jungfernstieg etwas leckeres Essen gehen, so wie es mir eine Freundin empfohlen hat. Aber dort war es so voll, dass wir uns entschieden im italienischen Ristorante Michelangelo zu essen, wo unter anderem Bud Spencer, wie auf den Bildern zu erkennen ist, gespeist hat und andere berühmte Persönlichkeiten. Ich habe mich für eine klassische Diabola Pizza entschieden. Nach dem leckeren Essen in der gemütlichen Atmosphäre wollen wir uns nach einem Absackacken und sind an der Hauptkücher Sand Michaelis vorbeigekommen, auf der Suche nach einer Cocktailbar. Nach einer kurzen und nicht wirklich erholsamen Nacht klingelte schon um 7.30 Uhr am Sonntag mein Wecker, weil ich unbedingt den Fischmarkt besuchen wollte. Dafür habe ich den Bus genommen, während meine Freundinnen noch entspannt weiter geschlafen haben und meine eigene kleine Sightseeing-Tour erhalten, immer entlang des Planten- und Blomenparks. Leider hatten wir nicht gute Zeit, um noch den Hamburger Dom mitzubekommen, der auf dem Heiligen Geistfeld bis genau heute stattgefunden hat. Hier gibt es noch einen ganz kurzen Einblick von der Reeperbahn nach einer durchzeigten Nacht am Morgen danach. Mit dem Bus bin ich aus Versehen viel weiter gefahren als ich musste, und dann aber glücklicherweise beim Altona-Balkon angelangt, von wo aus sich dieser herrliche Ausblick auf den Hafen von Hamburg bietet. Mit den dafür bekannten Kränen, so konnte ich noch einen schönen kleinen Spaziergang entlang der Nordelbe machen. und 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 Ich bin an diesem niedlichen Hashtag Elbblumengarten vorbeigekommen. Dann ging es den Balkon herunter. Und 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Hände. Irgendwann bin ich dann auch rechtzeitig am Pischmarkt angekommen, an dem ich einfach den Marktschreiern gefolgt bin. Dort habe ich mir selbstverständlich ein leckeres Fischbrötchen mit dicken Mattjes und einen wärmenden Cappuccino als Frühstück gegönnt. Da das Wetter wieder besser wurde, wollte ich noch nicht direkt zurück ins Hostel, wo meine Freundinnen sich schon fertig machten und bin stattdessen noch die Elbpromenade bis zu den Landungsbrücken weitergelaufen. Da ergibt sich der Blick auf das Musical Der König der Löwen sowie mittlerweile auch Die Eiskönigin. Das war mir dann aber immer noch nicht genug und ich bin erst am Baumfall wieder in die U-Bahn eingestiegen, damit ich noch die schöne Elbphilharmonie zu Gesicht bekomme. Wasativo Wasamel Was 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 メ� Herr Dann ist endlich der Moment gekommen, auf den ich drei Jahre lang gewartet habe. Für Harry Potter und das verwunschene Kind im Meertheater. Schon das Foyer ist atemberaubend schön mit den verschiedenen Patronen an den Wänden und den Lichtern, die wie in der großen Hande an der Decke leuchten. Weißt du, welchen Patronen du heraus beschwören kannst? Im Theater selbst sind mir dann tatsächlich ein paar Tränen entwichen, weil es so wunderschön ist und ich mich einfach total in die Szene am King's Cross Bahnhof in London hineinversetzt gefühlt habe. Natürlich habe ich passenderweise meine Hogwarts House, Hufflepuff und damit Cedric Diggory unterstützt. Nach dem ersten Teil hat sich die Stimmung von des dunklen Mahls verdüstert und wurde sogar im Foyer angepasst. Nach den ersten drei Stunden haben wir uns ein Mittagessen besorgt. Danach war es Zeit für den zweiten Teil und weitere drei Stunden später hat das Spektakel ein Ende gefunden. Leider, ich hätte den Schaustellern wirklich noch länger zuschauen können, weil es so gut umgesetzt wurde. Abschließend haben wir uns noch die Bühne näher angeschaut und man sieht mittlerweile ist es dunkel geworden, denn wir waren tatsächlich insgesamt neun Stunden auf dem Gelände. Unseren letzten und damit leider auch Abreisetag haben wir in der Speicherstadt verbracht, beginnend auf der Pockenmühlenbrücke mit dem Blick auf das Wasserschloss. Das Wetter war endlich so gut, dass wir Sonnenbrill und geile Jacken mehr tragen mussten. Die Speicherstadt ist das größte Lagerhausensemble der Welt und steht unter Denkmalschutz. Hier befindet sich außerdem eine der ältesten Brücken Hamburgs mit Sat Angska, der als religiöser Gründer gilt, und Barbadosa, dem Wegbegleiter für den freien Handel der Anse Stadt. Heute kam ich der Elbphilharmonie noch ein ganzes Stück näher zum Vortag. Wir haben dort ein kurzes Päuschen eingelegt mit einem Franzbrötchen und währenddessen drei Autos zugesehen, wie sie von einem Abschleppdienst namens Stefan abgeschleppt wurden. Zuletzt ging es noch auf einen kurzen Abstecher zum Rathaus und der kleinen Alster, bevor wir den restlichen Tag leider wieder im Zug verbracht haben, auf dem Weg nach Hause. Also, und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht. Schlaf schön, treim süß, von Zucker und Anise und von saurendem Gurken. Benutzen Vielen Dank.